Meine Damen und Herren, mein Name ist D.I.K. Ich bekam einen Auftrag von Lortz. Von wem? Du bist und er flautet. Finde den Orden und suche die Assassinen. Was sie gerade sehen und fühlen, sind die Erinnerungen eines Mannes namens. Was sie gerade sehen und fühlen, sind die Erinnerungen eines Mannes namens. Versuch die Geschichte zu erleben und bereiten mich in den Animus. Versuch die Geschichte zu verstehen und wir gehen in den Animus. Versuch die Geschichte zu erleben und bereiten mich in den Animus. Versuch die Geschichte zu verstehen und wir gehen in den Animus. Wir gehen weg in die Chemnistrasse. Auf geht's, lass uns gehen. Assassine, steh jetzt auf. Kommt mit. Maschine, spannt die Füge. Was ich, ihr, mit mir mit. Lass uns jetzt freuen, hat klar, will ich das sehen, wie ihr wollt. Wundern und acuerdo, meine Karte und den ISK. Wundern und kredzen voran. Wir denken, alles ist erloblich. Das wird nur ein MEG, wie er verliebt. So viele sind in der Gäste. Ach salam! Es fehlt kein Kürzer, war zu kämpfen, um die Tatsache zu finden. Nicht vor mir, sie geht. Als es das Leben bliebt, es in unserer Natur, die im Hals schnell stößt, stimmt's gerade? Im Toten sind wir alle dran, mein langer Weg endet vielleicht. Ihr könnt meine Gedanken um sie jedoch nicht, aber ich begebe mich in den Panimus. Alles was wir tun, alles was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Wir gehen weg in die Renaissance-Assassine, es wird Zeit, folgt ihr dem Credo des Ordens.